Herzlich Willkommen in der Vogtland Halle Kreiz, dem Kulturellen Zentrum Ostthüringens. Der große Saal hat eine Gesamtkapazität von 800 Plätzen, ist durch den Einsatz von Hubpotesten variabel bestuhlbar und eignet sich für Veranstaltungen der verschiedensten Genre. Mittels einer elektroakustischen Nachhallssimulation lässt sich der Raumklang von Studio bis Kathedrale simulieren. Die Studiobühne hat eine Kapazität von 150 Plätzen und ist für Veranstaltungen der kleinen Form geeignet. Im Ballettsaal trainieren unter anderem die Tanzklassen der Kreizer Musikschule. Das Foyer ist für die Besucher der zentrale Anlaufpunkt und stimmt den Gast durch seine gediegene Atmosphäre auf die Veranstaltungen ein. Die Foyerwand wurde vom Künstler Heinrich Schratt gestaltet und baut auf Motive des Vogtlandes auf. Für Seminare und Familienfeiern stehen vier moderne Räume zur Verfügung, die für eine Personenzahl von 20 bis 100 geeignet sind. Gastronomisch werden alle Veranstaltungen von unserer Gaststätte Reihe 1 betreut. Unser breit gefächertes Angebot hält auch für Sie etwas bereit.